willkommen zu dem video leute auf jeden fall und wir undercover unterwegs und ja heute jetzt heute zeige ich so die aussicht und auf jeden fall erkläre ich euch wir sind jetzt so 2300 meter sind wir hoch und hier ist die höchste spitze von hochjob mit 2520 meter mal dahin und was ich noch sagen will ist mal da sind wir auf dem falschen springen auf jeden fall das fokussiert mich ach so jetzt die schöne aussicht wie war in munter form hochjob gebiete sehr 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 schön ja ganz auf jeden fall mit dem video leute abonniert den kanal aktiviert die glocke auf jeden fall mache ich jetzt eine ankündigung also eine kleine ankündigung ich habe zu schnell ciao gesagt auf jeden fall wird heute werden wir ein getränk testen das war's mit dem video leute ciao adios amigos ciao ciao